Nächste Runde. So, komm, schön ziehen. Zehn Punkte. Acht Punkte, ganz knapp am Ring vorbei. Verdammt. So, sechs, das ist schon entweder etwas mehr. Machen wir mal hier. Zehn Punkte. 28 Punkte, ich steigere mich auch sogar noch. Zwei Punkte Vorsprung vor China. Komm, schön ziehen. Oh, ganz schlecht, sieben Punkte. Ich glaube, der Wind hat noch gedreht. Ich glaube, der Wind hat noch gedreht. So. Zehn Punkte. Ja, das war anscheinend gerade der Wind, weil die... Der Wind ist jetzt dann gleich geblieben. Neun Punkte. Zehn Punkte. Zehn Punkte. Und... Drei Punkte vor China. Steige mich. Oder die werden schlechter. Eins von beiden. Zehn Punkte. Zehn Punkte. Zehn Punkte. So, etwas nach oben, nicht zu viel. So. Neun Punkte. So, etwas nach rechts. Zehn Punkte. Die nächste Goldmedaille in meiner Liste. What a proud moment it this is for everybody in the arena here. Yeah. Aber sonst nur Asiaten, die gut sind anscheinend. Die Chinesen und die Japaner. As a new national hero is born. An emotional moment on the podium. Olympic champion. With a great ring that has to it. As the flags are pulled towards the roof. And then the celebrations will begin. Yeah. So much motion down there. So much happiness. All the hard work that these guys put in. Und mir zujubeln. So, drei Goldmedaillen für Deutschland. Jetzt geht es in die Schnellfeuerpistole. Naja, nicht in. Mit der Schnellfeuerpistole. Ins Finale. So, jetzt sind wir in Royal Ellery Barracks. Rapid Fire Pistol. Das war ein geiler Titel. Platz 1 bin ich anscheinend. Ach ne, das sind ja alle Platz 1. Okay. So, 8 Sekunden haben wir. 2, 2, 1. Ah, verdammt. Der war schlecht. 46 Punkte. Nicht schlecht. Ja, aber André haben auch 46. Mist. So, jetzt dürften es nur noch 6 sein. Ja, 6, 3, 2, 1. Let's go. Wow. 48. Bam. Ja, mit 2 Punkten vor Slowakei. Stimmt das? Ich hoffe. So. So. Wieder 6 Sekunden. 2, 1. Oh, verdammt. 45 Punkte. Gleichgezogen mit denen. Vier Sekunden. Vier Sekunden. 44 in vier Sekunden. Das ist mal nicht schlecht. 1,1 Sekunde. Ne. Weniger sogar. 44,7. Nein, jetzt ist er vor mir. Weil er es 47 geschafft hat. Nein. Nein. Ja. Ah, 44,5. Dritter Platz. Nein. Ach, Mann. Aber auch wirklich schwer. Jetzt haben die mich noch überholt. Mist. Aber da lohnt es sich nicht, das nochmal zu machen. Das machen wir weiter. So. Dritter Platz für Deutschland. Immerhin besser als gar keine Medaille. Und jetzt hören wir anscheinend die Nationalhünde von der Slowakei. Yeah. Weiter. Weiter. Auch geschafft. Immerhin mit einer Medaille rausgegangen. Outfit freigeschaltet. Spanien. Okay. Gehen wir mal weiter. Und Medaillenzähler. Deutschland ist immer noch auf Platz 1. Nicht schlecht. Disziplinen. So. Was haben wir hier? Hochsprung der Damen. Was haben wir noch? Freistil. Freistil. Hürdenlauf. Ah, machen wir das hier. Und los geht's. So. Qualifikation für den Hochsprung der Damen. Los geht's. Leichtathletik fällt. Tag 3. Tag 3. Qualifikation. Hochsprung der Damen. So. Nadine Becker. Naja, immerhin ein einigermaßen guter Name. Moment. So. 1,54. Das dürfte zu schaffen sein. Oh, gerissen. Oh, gerade noch die Füße hochgezogen. Yeah, geschafft. Ja, so. 1,60. Oh, Mann. Ich spring irgendwie immer zu hektisch ab. Drei Versuche habe ich pro Durchgang. Locker. Jetzt so funktioniert's besser. Well, this should be well within this athlete's capabilities. Not too difficult. Ich spring viel zu früh ab. Mist. Ah, das könnte knapp werden. Nein. Nein. Ich hab die Füße nicht richtig hochgezogen. Verdammt. 1,60 ist das, was ich geschafft hab. Platz 8. Oh Gott. Neustarten. Weil ich hätte mich nicht qualifiziert. Das wäre locker. Das wäre locker. Ich hab jetzt nur eins weitergemacht. Verdammt. Und... Wow, goodness meh. It really is tight at the top. Auch geschafft. Great technique to took their feet in at the end. Things going well for Germany here as we look at the scoreboard. They're in first place. Locker. Oh, ja, ja, ja. Filter mit dembo. Oh, ganz knapp. Okay. Ein paar sind schon rausgeflogen. Machen jetzt lieber kleine Schritte. Oh, auch wieder geschafft. Oh, ja. 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 Langsam, kleine Schritte, sonst wäre ich zu übermütig und das schaffe ich nicht mehr. Ah, ganz schlechter Winkel. Nein, jetzt war der Winkel zu flach. Ach, komm. Mist. Nicht geschafft. 1,84 ist das, was ich geschafft habe. Platz 5. Immerhin. Disqualifiziert bin ich. Verdammt! Obwohl der Hochsprung eigentlich sonst immer ganz gut lief bei mir. Aber ich glaube, das war bei den Männern besser. Kunst- und Turmspringen. Qualifikation. Und das war schlecht, weil ich nicht richtig eingetraucht bin. Well, here's the replay, and I think it confirms, that that was probably a bit below average for this diver. Dive number two, still need to be careful, what to choose. Nochmal. Only this athlete knows. Ah, immer dieses blöde Eintauchen. Across this athlete's face. Got to improve on that performance. While preparing for dive number three. Is now the chance to take more of a risk. Remember, increased difficulty means more points. Well, lots and lots of effort, but the technique just letting him down slightly. Platz 6. Na toll. So after that round six places, what this athlete's looking at, it's not ideal, but at least it's two places above the bottom. Well, that was alright from Germany. Not their best, but certainly not their worst. Here's the replay, and I think there will be a number of faults we could pick out with this. Immer noch plus fünf. Verdammt. Das war's schwerste genommen, dass ich die meisten Punkte kriege. Oh, nein! Voll der Bauchplatscher. Oh, ich hab noch einen Durchgang. Glück gehabt. Ja, Gott, noch Platz 4. Puh, ganz knapp geschafft. Oh, aber ganz knapp. Uiuiuiuiui. So, jetzt geht's mit Hochsprung. Habe ich ja nicht das Finale erreicht. Dafür jetzt mit Turmspringen.